Boah, das ist aber auch echt ein dicker Arm, hey. Das ist mein Freund, der ist nicht vom anderen Ufer. Hey, entspann dich, Schatz. Herr Meint, wie stimmt den Stapler? Also, ich hab tatsächlich dich gemeint. Wirklich, danke, Mann. Ja, dein Arm ist wirklich mächtig prächtig und meine eher ein bisschen schmächtig. Ach, Fatsch, Bro, du bist auch richtig guten Schuss, Mann. Findest du? Danke, also. Schatz, wir müssen jetzt aber auch. Hey, viel Spaß. Hey, Bro, magst du mit mir ans Stimmen gehen? Jetzt gleich, oder wie? Wieso eigentlich nicht? Also, ich hab nichts mehr vor. Ich fände, also gerne, wenn du... Wir wollten essen gehen. Ich versteh das, Schatz. Das ist deine Entscheidung. Sollen wir das essen gehen, oder magst du mit ins Gym? Es ist unser Jahrestag, ich will, dass wir essen gehen. Das verstehe ich. Dann viel Spaß. Ab ins Gym. Wie, Junge, cool, Mann.